Uhaaaaaa! Ah! Und... Ah! Bam! Komplett verkackt. Muss auch mal was holen. Und... Dann haben wir das auch! Damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Einmal mit Kamera und einer anderen Perspektive. Denn... Wir werden heute... Was ganz was cooles machen. Ich habe nämlich... Für mein neues Zimmer... Das kommt in zwei Wochen... So eine Wand... Dann hörte mein Bruder endlich nimmer. Äh... Da habe ich jetzt... Ja... Ganz stark. Das ist so ein... Ding für die Streams hinten. Äh... Da kann man dann so ein paar Buchstaben... Ich werde euch da mal ein kleines Beispiel zeigen. Da habe ich nämlich schon ein bisschen was kurz aus... Angeschaut. Ja... Weihnachten. Genau. Fröhliche. Äh... So. Ergibt doch Sinn, oder? Weihnachten, fröhliche. E... Egal. Und... Das... Da habe ich mir jetzt irgendwie nichts... Äh... Gescheites überlegt. Außer ein bisschen was. Ich habe mir nichts Gescheites überlegt, außer irgendetwas. Gut gedeutscht. Ja. Ähm... Und deshalb brauche ich da jetzt euch... Oder... Äh... Lass euch da ein bisschen... Äh... Mitentscheiden. Ich werde euch da jetzt dann ein paar Bilder einblenden. Äh... Ups. Kamera verrutscht. Äh... Äh... Was ich alles für Möglichkeiten habe. Mit Farben, Stickern und allem Möglichen. Die wir dann da montieren können. Und ihr könnt es dann in die Kommentare mit dem Hashtag... Hashtag... VLP... Oder... Ne... Was machen wir? Äh... Hashtag Licht. Machen wir Hashtag Licht. Äh... Und... Äh... Wenn ihr... Da könnt ihr mir ein paar Vorschläge in die Kommentare dann damit schreiben. Äh... Und vielleicht... Äh... Äh... Was wir heute machen... Ist was ganz Besonderes. Äh... Äh... Zeige ich euch dann eben das Eier drauf. Sonst wird das nur... Eine Ewigkeit. Und... Äh... Jetzt in den neuen Streams wird man es noch nicht so wirklich sehen können. Da... Äh... Ich das noch nicht in... Äh... In das Kastl dann hinter mir reinstehen kann. Weil genau hinter... Also links und rechts von meiner Kamera sind dann hinter mir so kleine Kastln. Da gibt es dann auch noch mehrere. Da habe ich auch schon das da bekommen. Das bleibt zwar immer auf meinem Schreibtisch. So eine Headset-Halterung. Hier auch nochmal dann ein Bild. Und... Ähm... Ähm... Ja, jetzt lege ich mal los. Und wir sehen uns dann abends. Seid Rafa wieder. Wieder euch. Ja, jetzt lege ich mal los. Ja, jetzt lege ich mal los. Ja, jetzt lege ich mal los. Du schyzel und auch leider auch noch lege. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh Oh weh, oh weh, oh weh Baby, baby, baby Baby, baby So, jetzt ist es fertig. Sieht schöner aus. Die Wahl ist jetzt nicht die beste von den Wörtern und so. So, aber vielleicht habt jeder gute Tipps und sowas und dann werden wir da schon so ein schönes Dings dahin kriegen. Wie gesagt, das Hashtag ist jetzt dahingeblendet, mit dem ihr es in die Kommentare schreiben soll. Äh, und wenn mir dein Vorschlag gut gefällt, kriegt dein Herzchen. Äh, was wichtig ist, es geht maximal acht von solchen Dingern rein. Oder eine so eine lange Schrift. Also zum Beispiel, wie wir es hier haben, Halloween. Ihr seht das? Ne, ich halte es falsch. So, Halloween. Hallowene. Seht ihr dann? Äh, also da geht dann nur eine so eine Schablone drauf. Äh, sonst, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ähm, es wird jetzt in Zukunft mehr von solchen Videos geben. Äh, wo ich irgendwas raus packe und sowas. Da kommt in nächster Zeit was richtig Großes und Cooles. Und, ja, bis dahin. Sei. Tschüss.